Und hält da kurze Hand einfach mal ihre Haare rein. Ja gut, die brennen dann und so und es passiert auch mal, dass man es nicht bemerkt. Tuck dir mal die Gesichter an! Erstmal da ganz recht. In die Ecke... ...gesetzt und geheult? Why are we still here? Bilder, die kurz vor der Katastrophe entstanden sind, Leute. Da gucken wir uns heute die lustigsten, aber auch dramatischsten Bilder an, die es im Internet gibt. In diesem Sinne ein, wie geil ist das denn die Magerängsten am Start. Ein Mager ist am Start. Willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, dass es euch heute richtig gut geht und dass ihr ein verdammtes Lächeln auf eurem Gesicht habt, Leute. Ich will es kurz machen, Leute. Die Mager-Gang besteht jetzt aus 500.000 Mager-Gangstern. Leute, das ist eine halbe Million. Wie krank ist das bitte? Eine halbe Million Mager-Gangster. An dieser Stelle dann natürlich mal ein fettes, fettes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch da draußen. Ihr seid wirklich die Besten und das meine ich auch so. Wie geil wäre es, wenn es irgendwann eine Million Mager-Gangster gibt. Hier sogar der goldene Play-Button stehen würde, mit dem ich mich dann auch unterhalten kann. Aber Leute, das ist natürlich noch ein bisschen weit weg. Aber man muss ja Ziele haben und ich kann es schon... Riechen ist zu viel gesagt. Ich kann es schon etwas spüren. Die Mager-Gang wird es bis dahin locker schaffen. Also Leute, ein fettes Dankeschön an jeden von euch für 500.000 Abonnenten. Liebe geht auf jeden Fall raus an euch. Grüße gehen raus an die Mager-Gangster, ich will Regenbögen essen, Emily 099 und an Panda geil zockt. Den ersten Kommentar habt ihr Lucky Loser geschrieben. Wenn du im nächsten Video aufgerüstet werden willst, einfach Kommentar schreiben oder im nächsten Video der allererste Kommentar. Wir springen nun ins erste Foto und sehen die gute Caitlyn, die auf diesem Foto oder in diesem Moment gedacht hat, dass die Welt noch in Ordnung wäre. Oh, das ist böse. Aber wie hart man lachen muss, wenn man tatsächlich das Foto macht, sich das danach anguckt und denkt, ja, das war eine Millisekunde, bevor du diese Frisbee in die *** bekommen hast. Also, Props gehen raus an den Fotografen. In dem Moment musst du erst mal abdrücken. Wir springen ins nächste Bild und sehen, wie ein junger Mann vor der Kamera posiert. Hat sich gedacht, so Oberkörper frei, ja, ich bin in guter Körperform. Ja, ich bin braun gebrannt, habe ich gesagt, komm, mach mal ein Foto von mir vor dem Pool. Und wir sehen aber im Hintergrund, wie die Dame an dieser Kante steht und gerade schnurstracks auf dem Weg in den Pool ist. Und zwar nicht beabsichtigt, sondern mit Klamotten und sie macht den Baumstamm. Sie macht den, sie macht in diesem Fall den absoluten Baumstamm, Leute. Man kann sehen, wie sie am Rand steht und rückwärts runterfällt, Leute. An dieser Stelle, gute Fahrt und ich wünsche dir eine aufregende Schwimmerfahrung. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, ich glaube, sie hat sich unterhalten, war etwas in das Gespräch vertieft, blieb an der Kante stehen und hat sich einfach mal gedacht, Baumstamm fällt. Okay, wir springen ins nächste Foto. Wir sehen eine Menge verkrampfter Gesichter, weil ein Baseball direkt auf dem Weg ins Publikum ist. Wir haben natürlich alle gesehen, oh, der Baseball kommt direkt auf uns zu. Keiner weiß, wer getroffen wird. Guck dir mal die Gesichter an. Der eine Typ ist sogar aufgestanden, damit er den Ball nicht ins Gesicht kriegt, sondern eben in die Zwölfe. Ihr wisst schon, wohin. Kann noch mehr wehtun als ins Gesicht. Lasst unbedingt einen Daumen hoch da. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann ganz schnell abonnieren und zur Marging joinen, Leute. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Die nächste Katastrophe, oder sagen wir eher die Sekunde vor der Katastrophe, sehen wir ein Mädel, wie sie entspannt auf dem Sand liegt. Ja, die Sonne kam gut raus. Sie hat sich gedacht, komm, lege ich mich mal einen Augenblick in die Sonne. Ein bisschen das Ding genießen. Und er legt den Kopf zur Seite, legt langsam ein. Und der Hund denkt sich einfach mal so, ich sehe ins Gesicht. Ich glaube, dieses Sonnen wird sie so schnell nicht mehr vergessen. Und der Hund... Ich stelle mir einfach mal so gerade vor. Was ging in dem Hund vor? Der sieht da so sein Herrchen oder irgendeine andere Frau und denkt sich einfach mal, wo kann ich hier hin pinkeln? Ja, wir haben hier ganz viel Rasen, ganz viel Sand überall. Nein, ich pinkel mal direkt auf sie drauf. Also der Hund erkennt doch, dass das eine Frau ist. Also Hund, hast du gut gemacht. Wir springen ins nächste Bild und sehen hier, ah, die gute, gute Torte. Die gute Torte. Irgendwie im Geburtstag oder sowas. Sie hat sich gedacht, oh, ich saß drei Stunden an diesem Kuchen oder an dieser Torte. Und der Typ denkt sich einfach mal mit seiner geilen Cola erinnern, oh, gebe ich hier mal einen Klaps auf den Po? Sieht zumindest so aus. Ach nee, man sieht die Hand auf ihrer rechten Schulter. Ich weiß nicht, was er davor hat. Oder ob er sie einfach mal so an der Schulter mal so einen kleinen Stups gegeben hat, weil er es amüsant findet. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall fliegt die gute Torte. Und ich glaube, sie ist danach nicht mehr essbar. Was bräuchte man dann zum Essen? Genau, vielleicht irgendetwas anderes. Und vielleicht auch etwas, was gesünder ist. Und da kommen wir auch schon zum Thema, Leute. Ich würde euch gerne mal ein Produkt vorstellen, welches ich selber getestet habe und wirklich klasse finde. Das Ding heißt Y-Food. Es handelt sich hier, wie man sieht, um einen Drink, einen Shake. Und dieser Shake ersetzt eine vollwertige Mahlzeit. Und ich, wie ihr wisst, wohne ja hier alleine und habe nicht immer Zeit, irgendwas Leckeres zu kochen und auch nicht Lust immer auf Fastfood. Ihr wisst ja, dass ich auch gerne Fitness mache, ins Fitnessstudio gehe. Und da ernähre ich mich besonders gerne gesund. Und wenn ich mal eine gesunde Alternative brauche, was schnell geht, dann kann man zu diesem Drink hier greifen, Leute. Das Ding hat wirklich unheimlich viele Inhaltsstoffe. Ich zeige euch das einfach einmal. Hier könnt ihr diese ganze Liste sehen. Wir haben hier drin wirklich Omega-Fettsäuren, Proteine, Kohlenhydrate, Ballaststoffe und Vitamine und Minerale. Also deinem Körper wird mit einem Shake geliefert, was er so braucht. Ich habe jetzt hier die Geschmacksrichtung Schokolade, Vanille und Kaffee am Start. Und ich muss sagen, ich mag alle drei Geschmacksrichtungen sehr gerne. Das Coole ist auch, dass sie ungeöffnet wirklich bei Zimmertemperatur haltbar sind. Also ihr müsst sie nicht im Kühlschrank haben, sondern könnt sie einfach im Zimmer rumstehen haben. Und Leute, natürlich ist es nicht das Ziel, festes Essen irgendwie zu ersetzen, sondern einfach zu Fastfood eine Alternative zu bieten und sich einfach gesünder und ausgewogener ernähren. Ja, ihr könnt euch ja mal die Website anschauen, Leute. Der Link ist unten in der Beschreibung, ganz, ganz oben. Klickt einfach drauf, schaut euch das Ganze einfach mal an. Und das Coolste ist, Leute, dass ihr sogar einen Rabattcode von mir kriegt. Und zwar, wenn ihr Magen10 eingibt bei der Bestellung, bekommt ihr 10% auf die gesamte Bestellung. Ey, wie geil ist das denn? Also Leute, Magen10 eingeben bei der Bestellung, ihr kriegt 10%. Schaut einfach mal auf die Website. Und deswegen, Freunde, geht's jetzt mit dem Video weiter. Sorry, dass ich lache. Ich hoffe, dass ihr nichts passiert ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da nichts passiert ist. Weil, ganz ehrlich, sie fliegt mit dem Bauch zum Boden, also mit dem Gesicht zum Boden aus, ungefähr anderthalb, zwei Meter Höhe. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr, Leute. Ich bin kein Experte für Meterangaben. 0 bis 8 Meter, sag ich so in dem Dreh. Und ist schnurrstark auf dem Weg zum Boden, weil ich vermute nicht, dass sie fliegen kann. Oder ich vermute nicht, dass sie die Schwerkraft außer Kraft setzen kann. Ja, das ist richtig. Deswegen wünsche ich hier auf jeden Fall einen guten Flug. Ich hoffe, dass hier nichts passiert ist. Es geht ins nächste Bild. Und zwar sehen wir eine coole Party. Alle haben gute Erdbe. Aber was sind das für Gesichtsausdrücke? Also sorry, das ist ein Schnappschuss. Da guckt man ja mal komisch. Aber guckt euch mal die Gesichtsausdrücke. Also alle total besoffen, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall trägt der Typ rechts mit dem Hemd irgendwie ein Getränk in der Hand. Es sieht nach einem Cola-haltigen Getränk aus mit Eiswürfeln. Also schön zuckrig, es klebt schön und hat sich beim Feiern einfach mal gedacht, komm, werfe ich das Ding einfach mal weg. Trifft ja nur die arme Frau da vorne. Das Geilste ist, dass sie in dem Moment noch lacht. Also das Lachen wird ihr ganz, ganz schnell vergehen. Ja, also das dauert wirklich, ich würde sagen, ein paar Millisekunden später wirst du schon nicht mehr lachen. Der Abend ist für dich auf jeden Fall gelaufen. Was? Was? Oh Mann, wer kennt es nicht? Sie rechts guckt in die Kamera, hat sich so gedacht, oh cool, wir machen jetzt ein Selfie oder irgendjemand fotografiert die und ja, hat sich gedacht, oh guck ich mal da rein. Hat natürlich rechts neben sich so eine Kerze oder ein Teelicht und hält da kurzerhand einfach mal ihre Haare rein. Ja gut, die brennen dann und so und es passiert auch mal, dass man es nicht bemerkt. Man muss einfach mal auf die Gesichtsausdrücke von den beiden Mädchen links gucken, die das natürlich schon wahrgenommen haben und denken, äh, äh, deine Haare brennen, verdammte Scheiße. Ja, also ich stelle mir das auch nicht so lustig vor, wenn meine Haare brennen. Sie hat noch gut lachen. Das finde ich an den Fotos immer am geilsten, wenn die in dem Moment wirklich noch lachen. Und es wirklich eine Millisekunde später in Schreien sich umdreht. Wir springen ins nächste Bild und, äh, das ist eher weniger zum Lachen. Äh, wir haben hier ein Foto von einem realen Unfall. Unfall, genau, Mats, Unfall. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Flug das war. Auf jeden Fall ist es ein realer Unfall und da gibt es sogar dieses Video von. Das ist jetzt hier ein Schnappschuss davon. Der ist wirklich abgestürzt und mit dem linken Flügel hat er sogar das gelbe Auto da vorne, äh, mitgenommen. Und, äh, auch ein Stück von der Brücke und so weiter. Ähm, war wirklich ein dramatisches Ding. Ich weiß nicht, was ich über den Typen im Auto denken soll. Ich weiß es nicht. Soll ich eher denken, oh, was ein Arschloch oder soll ich denken? Ha, ist schon lustig. Ist schon lustig. Also, ich hab da auch eigene Erfahrungen mitgemacht. Und zwar bin ich auch mal bei mir, in meinem alten Dorf, bin ich mal so auf den Bürgersteig längst gegangen. Es hat mega geregnet. Und auf jeden Fall war da eine mega fette Pfütze, weil es viel geregnet hat. Und hinter mir kam ein Auto. Und, ähm, der hat tatsächlich, ich weiß nicht, ob er es absichtlich gemacht hat. Ich glaube nicht. Aber er hat überhaupt gar nicht dran gedacht. Ist auf jeden Fall mit gut Tempo durch die Pfütze gefahren. Es war wirklich richtig tief. Also, bestimmt so tief. Da mit dem Reifen durchgefetzt. Ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Flutwelle war. Also, ich war da noch wirklich klitschenass. Klitschenass. Und der Typ ist einfach weitergefahren. Also, ich denke, er hat es nicht absichtlich gemacht. Aber ich vermute schon, dass er es danach gemerkt hat. Aber hat dann so gedacht, so, hm, fahre ich einfach mal weiter. Auf jeden Fall war ich klitschenass. Und ich war richtig wütend. Also, ich fand es nicht lustig, sondern ich war wirklich wütend. Ich hab mich in die Ecke gesetzt und geheult. Seht Spaß, Leute. Ich war wirklich echt genervt davon. Und in diesem Falle, glaube ich, werden die Mädchen auch eher genervt davon. Weil es vor allem ja auch kein sauberes Wasser ist, sondern schon so richtig dreckiges, braunes Wasser. Und der Typ rechts denkt sich mal, komm, drück ich mal eine Runde aufs Gas. Wollen wir die Mädchen mal ein bisschen schreien sehen. Ja, gut, wenn sie jetzt eh auf dem Weg zum Strand sind, dann ist es vielleicht egal. Aber, ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er ist es fies. Es ist wirklich fies. Aber, wie wir sehen, die Flutwelle ist schon auf dem Weg zu denen. Oder die Spritzer. Und, ähm, es ist, äh, eine Sekunde vor der Katastrophe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, wenn du noch kein Mar-Gangster bist, damit wir noch mehr wachsen, damit wir 600.000 Mar-Gangster werden, damit wir eine Million Mar-Gangster werden. Abonnieren kannst du mich auch ganz schnell einfach hier. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du meinen allerneuesten Upload. Klickt irgendwo drauf. Seid aktiv. Seid richtige Mar-Gangster. Aber das seid ihr ja sowieso, denke ich. Wir sehen uns in einem neuen Video. Bis dann. Haut's rein. Euer Elmaro.